Das Ziel dieser Veranstaltung heute besteht ja genau darin, dass die Jobs zu den Menschen kommen und die Menschen, die zu den Jobs gehen müssen. Beschäftigung ist die Basis dafür, dass der Mensch zum Menschen wirkt und dafür kämpfen wir hier und darum machen wir genau dieses Angebot mit unseren vielen Partnern und dem möchte ich an der Stelle auch danken, die das hier zu dem machen, was es heute ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017